Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu La Mulana. Das letzte Mal sind wir in der Stadt stehen geblieben, haben uns den Glyphreader geholt und ja, ich bin schon mal weiter wieder zurückgegangen zum Tempel und dachte mir, wir können hier ja ganz locker einsteigen. Das sollte ja kein Problem sein. So, was ist das Dune zu sagen? Ach ja, das hatten wir ja schon. So, und dann sollten wir nämlich jetzt auch hier die Steintafeln lesen können. Können wir nicht, wieso? Wieso? Visible Items. Ja. Wieso? Wieso? Wie ist der das aber nicht? Wieso? 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 Ich mach's mal wieder. Es ist immer... Sobald man den Aufnahme Button drückt. Isст unglaublich. Ich würde gerne wissen, wie ich da rein kann. Und Bandsprung na? Nee egal. Ach, hier war das Wasser Ding. Öffne das Flutgate, also öffne das Flutgate, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das Wasser wird wieder fließen. Öffne das Flutgate von Ruanes. Dann warten wir mal wieder auf den Aufzug. Warum auch nicht? Ah, du dämliche Fledermaus. Kommst natürlich genau dann jedes Mal näher, wenn der Aufzug runterkommt. So, jetzt aber. Woppa. Woppa. Hast du mir was zu sagen? Dieses Aqueduct, das Miguel Armee gemacht hat. Aber es sieht aus, als ob es nicht mehr... Ich würde gerne da oben an die Truhe kommen, aber irgendwie geht das nicht. Der hat mir nichts zu sagen. Kommt nochmal an, was hier ist. Nix. Bisschen Geld. Au. Wow. Besniped. Aha. Okay. Dann sind wir... Ah, hier geht es ja auch noch weiter. Ja, sag immer Crash. Bist du denn... Bist du denn... Bist du denn Dead Bart? Ähm... Ich werde vom Wasserfall weggespült. Wenn ich doch nur den Helm hätte, dann könnte ich wahrscheinlich vorbeikommen. Ah, diese dieben Fischer. Au. Was ist denn das? Erstmal den Fischer warten. Ha. Ha. Erwischt. Hm. Ne. Also hier kommen wir nicht weiter. Und ich bin fast tot. Juhu. Na gut. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Ich hab halt keine Gewichte mehr, wenn das so weiter geht. Das ist viel schlimmer. Vier Erfahrungspunkte, das ist gut. Ich muss ja hier noch andere Wege gehen. Und da unten ist schon einer. Immer da lang. Au. Und hier, wo sind wir jetzt? Jene, die den Güter herausführen. Wisse deine Stärke. Tod erwartet die Machtlosen. Die Zukunft wartet auf die, welche sich selbst trainiert haben und die Herausforderungen annehmen. Ich kann nicht glauben, dass ich auf so eine einfache, auf so eine offensichtliche Falle reingefallen bin. Die Zukunft sagt gar nichts. Oh, den hab ich sogar erwischt. Cool. Oh, das geht nicht. Ah-ha! Oh, was ich noch mal wieder was? Oh, was ich da? 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 Oh, ich hab. Das Schlimmste ist, wir haben keine Gewichte mehr. Aber jetzt wollen wir erstmal leben. Hm. Schauen wir mal, ob wir irgendwo Gewichte finden. Ah, das gibt es doch nicht. Von einem Gegner direkt in den nächsten. So, die ist erstmal weg. Ich hasse die Fledermäuse. Meine Fresse. Komm schon. So, jetzt aber. Ähm, und nun? Ich meine, es ist schön, dass wir jetzt sehen, dass da drinnen noch... Aber wie kommen wir da hoch? Gar nicht. Ist ja doof. Oh, Gewichte. Kein Geld. Gewichte. Und Erfahrungspunkte. Was war das denn jetzt? Schauen wir mal hier unten nach. Oh, okay. Was? Oh. Aha. Aber gut. Hier sind wir schon mal richtig. Das heißt, ich werde die Falle jetzt on. Obwohl, können wir mal eben machen. Bams. Das finde ich halt auch schön. Die warnen einen ja sogar vor dieser Falle. Aber, wenn du das halt nicht liest und erstmal nur einen Stein drauf legst, wirst du halt erschlagen, wenn du es nicht wahr ist. So, jetzt aber. Was kriegen wir hier? Obtained Map. Okay. Das ist gut. So. 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 Jetzt haben wir das schon mal geöffnet. Auch wenn ich nicht weiß, wofür. Dann gehen wir mal hier runter. So. Was hast du mir zu erzählen? Es soll verbunden sein, was einmal im Nymph war. Dann schluckt der eine und der andere schluckt wieder aus. So. Zwei. Zwei mutige Seelen. White Solitude. A rock that bleaches a high place. What is this brave soul? Ah. Au. Okay. Okay, den Stein muss ich irgendwann wegschieben. Ah. Du explodierst schön. Hm. Der Wachtturm. South above the temple of the sun. Steht über dem Tempel der Sonne. Fallen, um Diebe zu fangen, wurden neulich gesetzt. In einem neulichen Konstrukt. Äh. Nein. In einer neulich errichteten Mauer ebenfalls. Falls, ähm, um Diebe zu fangen, wurde der Schlüssel versteckt. Okay. Und, um Diebe zu fangen, 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 um Die Was ist der da runter? Ist der richtig? Nein, das war falsch. Verdammt. Ah. Kann ich das resetten? Ja, kann ich. Gut. Wie gesagt, es gibt ja auch Rätsel, die kann man nicht resetten. Au. Warum zum... Wie gesagt, es gibt ja auch Rätsel. Ich weiß nicht mal, ob das so richtig ist. Nein, ist so offensichtlich nicht. Wie geht das denn? Geht das überhaupt schon? Ich habe eine Fluchtroute gefunden. Diese Ruinen scheinen auf mysteriöse Art verbunden zu sein. Ihre Erinnerung tropfen in den heiligen Gral. Und er lassen ihren Abdruck im Land. In diesem Land. Dann hebe den heiligen Gral auf und erinnere dich an die Länder, die du bereist hast. Wenn du das tust... Achso, ja. Das ist die Erklärung des Teleport-Systems innerhalb des Spiels. Wieso habe ich jetzt den hinter mir getroffen, aber den vor mir nicht? Oh, weg mit dir. Wie zum Henker kriege ich den Stein dahin, wo ich ihn hinhaben will. Ich werde jetzt mal den dann runterschieben. Dann hier hoch. Dann den anderen runterschieben. Aber da fehlt da noch was. Gehen wir den mal runter. Das kann so auch gar nicht klappen. Komm mal ab. Okay, das sind alles die falschen Waffen. Da oben ist nur so ein Stein drin, aber ich kriege den raus. Hast du mir was zu sagen, Mann? Jetzt hatten wir ein Level-Up. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier durch? Äh, einfach eine Tasche da. Ganz einfach. Genau, und das war... Nein! Diese roten... The red one is way too strong. Der rote ist viel zu stark. Ich musste auf die Knochen-Attacke aufpassen. Oh, warte. Ich bin bereits nur noch Knochen. Richtig. Hä? A deity... In... Babylorean-Mythology. Half-Man, Half-Fish. Who taught Sumer... Äh... Sumerians Wisdom. Okay. Von euch steht keiner mehr auf, aber von euch hat auch keiner mehr was zu sagen. Na gut. Au! War ja so klar. Na, komm. Danke. Danke. Hehehe. Also, wir können uns ja hier noch mal ein bisschen umgucken. Hehehe. Ein anderer Bereich. Oh Gott! Ich erinnere mich. Das ist mega unkug, gerade. Hier wollte ich gar nicht hin. Wir haben eine E-Mail bekommen. The trick of the temple of the sun. Hi, ich bin's. Ich glaube... Ich glaube... There's a trolley hanging at the top of the temple of the sun. Ich glaube, da ist... etwas... an der Spitze des Tempels der Sonne. Und ich denke... Du solltest es runterschneiden. Runterbrechen. But I don't know any of the details. But I don't know any of the details. Aber ich weiß nichts über die Details. Ja, das ist super. Plant Climbs. Ich glaube, da ist ein bisschen Erfahrungspunkt, und dann gehen wir hier mal rein. Gleitschneide. Na ja, das geht gar nicht. Also... Gleitschneide. An dem���ischen Gleitschneide. Wartet im Land des Infernus. The words of the spirit are hidden within. Die Worte des Geistes sind darin versteckt. But one must wait for them to present themselves. Aber man muss darauf warten, dass sie sich selbst zeigen. Okay. Aber, das soll es für diese Aufnahme jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn, auch wenn ich schon gestorben bin. Aber hey, sowas gehört nun mal leider auch dazu. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin, auf Wiedersehen.